Jetzt sind wir da, jetzt sind wir im Online-Milu, ne? Ich merke auch voll wie ich dadurch echt, also ich kann jetzt viel selbstbewusster vom Stream reden als ich vorher konnte. Boah, ich muss immer so ein bisschen geschämt, da zu reden. Die Zeit! Ja. Ohne Scheiß, auch in die Kamera zu gucken. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber so jetzt geht das Volker, jetzt kann ich Ease in die Kamera gucken, auch in 10 Leute zu gucken. Ja, das ist stark. Oh lecker, 30.000. Boah. D-D-D-D-D-D Schüss, ich seh grad der Ende ist hier so krass. Ich bin grad auf Twitch auf main stream. Was sagst du? Ich bin grad auf main stream... äh, main Bildschirm von Twitch. Und? Das ist grad aner Valorant, ich seh das. Ist doch gut. Ist gut. Betrieben. Aber nicht besser als ich, oder? Ne, das nicht. Boah, ich bin ja so kacke im Spiel, aber mir ist auch aufgefallen, ich habe ganz vergessen, dass ich auf PS4 gezockt habe die ganze Zeit, das darf man auch nicht vergessen, bin ich ehrlich. Ich komme von PS4, ich bin kein PC-Zocker. Ja, ich auch. Aber ich habe ein bisschen länger auch. Ja, du hast auch, ich habe ja, nachdem ich von Malta gekommen bin, habe ich dann angefangen, PC zu schmieren. Oh. Ein bisschen nachher. Hm, ne? Höhöhöhöhöh. Oh Gott. Boah, das war so nach Plastik am Öffeln da. Riecht bei dir, riechst du das oder was? Ne, aber ich bin vorhin spotten gegangen. Echt? Hast du geguckt? Ja, ich war gefühlt direkt daneben. Ich wollte auch kurz hinfahren. Ich bin gerade mit Dabo nach Hause gefahren, nach dem Training. Ja, sowas. Ja? Ja, erzähl, warte. Und da meinte er, ist das doch Feuer? Ne, ich weiß nicht, wie kann es sein. Ja, ich musste gucken, fahren. Ja, eigentlich, ich wollte auch, ob ich echt immer hinzubekommen habe. Ja, ich musste. Ich glaube, weil ich liebe sowas. Also, nein. Ich auch, sagst du einfach, ich auch. Ja, ich liebe sowas, wenn sowas ist. Und dann gucken fahren, Digga. Ja, generell wissen, ich will ja unbedingt wissen, was abgeht da. Ja, eben. So, übertrieben, Neuki, richtig? Solange da niemand bei stiert, also gut, geht das ja alles gut. Ja, das ist ja was anderes da. Aber die Feuerwehrmänner sind grüß. Das Feuerwehrmänner sind absolut dahin. Also, mal streamen. Mach ich. Was ist er denn? Fünf Liegestüsse pro Follow. Der rippt denn. Macht er jetzt auch mal bitte Liegestüsse? Macht er keine? Na, ich war schon am Folgen, habe ihn gefolgt. Ja. Und er ist wieder gefolgt. Keinen oder was? Ne. Ja, okay, meine ich. Der 12 ist zu, oder? 12? Mhm. Das ist krass. Ich schreibe, ich gebe Primesub. Fertig. Alter, der 100 Stück. Du hast einen. Du gehst einfach raus. Ja, er will mich wahr. Ich gebe Primesub, wenn du Slumsick machst. Ja, mein Digger. Ja, ich glaube, er hat noch kein Problem. Nein, nein, ich kann nicht. Macht er dich ehrlich jetzt? Ja, ich muss der, glaube ich. Der muss einfach. Der kann nicht Nein sagen. Okay, der meinte, der will erst, dass ich folge. Entfolgt, oder? Entfolgt, und jetzt raus, da. Das ist der Trauma von mir. Der wird mich irgendwann sehen. Bin rumringt. Mhm. Ich auch irgendwie. Das Gefühl. Das ist der Trauma von mir. Ja, komm rein hier. Das macht echt relativ Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Bis man stirbt. Ja, na, na, so wie ich die ganze Zeit. Da kommt ja die ganze Zeit zu. Deswegen brauchen wir Shooter ja auch mehr. Also so Ego Shooter. Ach, ist ja auch ein Ego Shooter, ich mein. Ja. Hm, genau. Ja, CAD, einfach. Geil. Was? Wie man hier auf 70 Sekunden Zeit hat, ne? Vor der Abfolge, aber ich vergesse auch immer irgendwie auszuwählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, guck mal, du hast Stream Delay 3 Sekunden. Echt? Ja. Die ist jetzt 59, 58, 57. Aber ich dachte, das ist ein bisschen länger. Sonst war das länger, ne? Mhm. Aber Kamera hat ein bisschen mehr Delay irgendwie. Ja, ist doch kein... Ich weiß nicht, warum das hier immer so keine gute Kamera hat. Ich weiß nicht, warum das hier immer so keine gute Kamera hat. Also ich weiß nicht schlecht, aber die ist jetzt auch nicht gut. Ja. Ja. Mein Vater hat ja so eine 1.500 Euro Kamera, der da... Und der hat einmal so, der war ja immer so... Der war ja immer so, ich dachte, kannst du die auch benutzen. Und ich dachte, wenn ich die benutzen kann, das wär krass. den war ja nur noch schön. Das ist so. Also die fixieren auch selber, Das ist schön. Hm? Nope. Der echte, der witzige ist der. Alles fit. Ja, bei mir ist alles fit. Und da war gar so wenig Leute drüber. Das fag mich halt, ey. Ich hab mir so wenig. Ich muss gleich erstmal der Tabs, der kommt vielleicht mal mehr. Ja, bei mir ist alles fit. Ich war gerade noch in Regenhausen und hab mit Bassem gezockt. Ähm, bei FC 96 so eine Mannschaft, die wir vorgespielt haben. Äh, jetzt hab die so schwimmen können. Ja. Ich kann auch hoch springen irgendwie, mit A glaub ich. Cool. Ja, ja. Ja schon, zuckst du auch viel oder so? Ja, ich würde ja noch ein paar Jahre lang. Aber eben ganz gut läuft. Und kratzen da? Gut. Ich bin ja recht gut. Ich bin ja recht gut. Ich bin ja recht. Mach es nicht so gut, wir brauchen ja aber ich bin ja ganz gut. Ich bin ja recht gut. Chiffre. Das hat eine bestimmte. ja da muss eh, ah ne, der hat geplant stark nehmen wir mit die punkte auf pc, ey dann schreib mir mal gleich also auf whatsapp deinen discord ab oder eh im chat da können wir nämlich auch gerne mal eine runde zusammenzocken ich bin aber schlecht hinter der runde, ich bin auch schon Anfänger deswegen habe ich gerade große Anfänger na? hm? nicht lass rechts sein, lass rechts sein und nach rechts äh, ist ja zu schwierig hier hin zu gehen ok hier bin jetzt falsch an, komm du hast ich bin wieder bei A was geht bro, alles klar ich bin wieder auf da, dabei muss ich auch auf was machst du? Kann ich schon Mod geben? Weißt du was? Du schiefst ja auch selber. Ich dachte ich kann das am Affiliate Mod geben. Ja, ich muss ihn planen. Wieder eine kleine Clash, der Bastard. Hey, wo ist der? Ja. Oh Gott. Ah ja, lecker. Ah, Luca, du hast einen Sch... Ne, nicht Luca. Ja, deine Nachricht wird blockiert, weil du den jetzt geschrieben hast. Ich weiß ja, was ist das denn? Ich werde wieder blockiert. Ja, Muten funktioniert, zum Glück. War gestern ganz, ganz wichtig, Junge. Der hat mich so auseinander genommen. Lass mal jetzt nicht ganz, sondern hier. Lass mal ein bisschen auf und wieder rein. Ja, okay. Was? Ich hab' ich gar nicht gehört. Komm hier lang. Ja, ich komm. Dann komm. Du hast ihn nicht gehört. Alles gut. Dann komm schon wieder weg. Das geht mir in. Das ist gut. Was? Ich hab' 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 ich hab'. Nein nein neint! Manchmal noch schlechte Waffe! Wir helpful zu nachdenken! Also.. Schau mal ich wollte ein paar Leute einen Mod geben Aber ich wollte jetzt nicht alle Mods geben die ich habe Ich muss gucken dass ich auf jeden Fall mehr Mod geben Aber jetzt noch nicht weil ich braucht keinen Mod Oh, aber... Das ist ja was. Irgendwann ich auch sag, okay, dann glaube ich, dass der jetzt auch wirklich... dass der keine Kacke macht, weißt du? Einstell... Ich brauch nicht mal so viel eingestellt. Ihr könnt mal gleich oder später, wenn ihr dann länger unterhalten, oder wann ihr zocken wollt oder so. Zeig euch mal, was ihr alles gemacht habt. Ich hab zum Beispiel, wenn mir jetzt folgt, hab ich auch so viele Leute eingestellt. Ähm... und so verschiedene Sachen. Aber zum Beispiel, ich muss eigentlich auch Ja-Bot geben. Für das auch nicht jedem. Aber ich denk mal schon, ich meine, ihr guckt ja auch eigentlich immer im Upstream. Ich will jetzt auch kein Mod geben, der nicht im Upstream ist. Ich finde das ja auch eigentlich echt... Barber? Weißt du, was ich gedacht habe? Ja. Ja, mach ich gleich richtig. Weißt du, jetzt hast du richtig... Der steht bestimmt wieder da hinten. Komm mal mit. Komm mal mit. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt weg. Der kommt weg. Du hast nur meinen Discord oder? Schreib mir mal den Discord. Was hat der denn? Was ist das? Was ist das? Alter? Weiß ich nicht. Oh mein Gott hab ich geschlossen. War der oben oder oben? Rechts oben. Der hat mich noch nicht gedreht. Der hat mich noch nicht gedreht. Der hat mich noch nicht gedreht. Ich hör kurz. Ah, die planen ja selber an. Nee. Glaub ich nicht. Sind selber dauernd, aber lass ich nicht töten. Jetzt versteck dich. Einfach chillen, renn weg, renn weg. Ja, die sind verdauend, renn weg. Ja, gut. Dafür habe ich trainiert. Ja, alles klar. Aber dann schreib auf Discord und dann schreib mir gleich nochmal. Dann überlege ich mir das. Hä? Was? Nein, ist das gut. Dann überlegen wir uns. Das war mit Training. Äh, ich denk mal ich bin dabei. Ich bin dabei. So ist das. Äh, sprich des Gegens. Ja. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei. Aber ich habe wieder angefangen zu deinen Verprüfung. Deswegen muss ich gucken. Wohnt ihr geputzt hierher oder weißt du irgendwas zu? Ich weiß nämlich nicht warum die zugekommen. Ich bin dabei. Genau. ja habt ihr das mitbekommen? Leute, die im Chat sind die im Chat sind wo sind die? hab ich die aus durchgedrehen bei mir bei mir, bei mir, bei B also Richtung B wo ich gestorben bin ja das war, das ist direkt bei mir in der Nähe, ne das Richtung Dorsten ich war nach Hause mit Davor gerade aber ich sehe den ganzen Himmel ist voller Wolken so voller Rauch ja, da sind aber noch mehr gebremst und da ist ultra, die haben so die Warnung auch nicht bekommen extreme Gefahr vielleicht schrocken aber steck mal ja ja, ist auch noch so ey, Luca, wenn du da drin bist weißt, was meine Urte ist? das weg meine, das weg ja stark gut, der Zinglinger aber geht ja gar nicht in dem Game ey, ich schliess sofort weiter Jungs ganz kurz oh, wow schläft gut no way, dass du es schafft ja, defuse check mich natürlich oh, das ist gut einfach durchziehen let's go let's go let's go let's go ähm wieder überleben ah ja, stimmt wieder überleben genau mein Gameplay ist schlimmer als höher, aber schlimmer als höher was lauerst du jetzt, Luca? ok, yo äh, Joshua ich schwöre es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang einfach war echt lost es ist scheiße darfst du nicht vergessen, ich bin eigentlich PS4 Gamer und nicht PC ja und ähm da spielst du ja auch mal jetzt das ist glaube ich fünf Tage also komm Digga, ich wurde geblendet oh mein Gott, komm ja, Bro ich dachte nicht, dass er so schnell da hinkommt ok ähm ah ja, Joshua ja, Digga ich wusste auch was ich kann mir gar nicht vorstellen was das sein soll ich hab grad es ist Feuer das ist ein normaler Walkman so aber ich bin nicht vorher zu sagen der ist hier jetzt in der Köln Digga, Sie haben nur das machen wir mit denen ich hab extra Credits machen wir mit denen mit denen ich spiel sogar mal gut Digga ich steh 6-3 Jo, das ist nicht OP, Joshua das ist wirklich OP wenn es online aber ich hab das gerade irgendwie glaube ich Leute, das ist gerade online auch kommt aber nicht nein nein was sind diese Punkte hier? die Punkte, diese Kugeln mhm kannst du deine Urte einladen? ok der U-Rentso der U-Rentso musst du da einen gehen und F halten dann kannst du dich einladen ja, hab ich gesehen blind not ready yet hallo 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 Noah hat mir ein Video geschickt wie das aussieht Ticker der Partagruppe hast du nicht gesehen? hallo hallo oh jetzt kann ich meinst du ohne Ziel oder bist du schnell? oh er meint ein vieles Problem nicht nein 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 aber das kann man ja gar nicht rauchen das fällt ein bisschen ab boah juckt eh nicht bei dir ich hab Fenster auch offen das ist so weit weg das ist so weit weg ja irgendwelche Downstreeps die Padmen das nicht mitbekommen haben ja safe also ich sag mal so wenn du so nah wie bei dem Video bist dann würd ich auch zu machen glaube ich aber ach Digga da würd ich keine Ahnung da würd ich nen dicken Zug einatmen ja aber jetzt oh einfach abtacken A A A NIN oh mein Gott diese Old von Dings ist so krass Bastard ich sehe nix 5 mehr zu machen was ein Bastard Digga ja scheiße ne Tvec ja du bist auch Tvec öööööö tvec piqui 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 Ich war noch bei Nahe, hab's chillen So Ich muss erstmal jetzt hier Normal Ich hab hier abmelden und verlassen Ich kann jetzt wieder auf mein Account zocken endlich, Digga, let's go Wer ist das? Joshua Joshua ist ein guter Kollege Schnauze Joshua Warte, warte, ist hier ein Fake Ja Das ist Yoshi Nein Doch Hat der Valorant? Weiß ich nicht War nicht der Raben, ne? Mhm Hast du? Ja Wer ist das? Yoshi Guck du weg, guck links Yoshi, wie geht's seinen Schuhen? Hast du zugenäht? Digga Hast du die operiert oder so? Naja, ich musste ähm Los OP'n Alter, rechts, 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 rechts Viel, viel Stopp verloren, so Ja Also was da mit deinen Schuhen abgingen, hab ich gar nicht verstanden, ne? Ich hab vorhin in den Hasen gedonnert, ne? Sind wir bei den falschen Dings? Na, hat er uns gefickt? Ja Krass Egal Ey, ja Joshua, ich wollte in der Woche Aber die meinen ja alle, dass Fuck schaffen heißt Glaub ich, oder? Andrian, in welchen Rang geben wir denn dem Yoshi hier? Ne, ich hab keine Rang Ein Lockige Schwuchtel, glaubst du ja noch? Ein Lockige Schwuchtel, ja Oder ein Nigger, er kriegt ein Nigger Digger, das braucht doch nicht, Alter Digger, das braucht doch nicht, Alter Ja, es juckt nicht, jetzt grad juckt's natürlich, Digger Falls irgendwann hoffentlich mal Leute drin sein sollten, dann juckt's halt schon Nein, ihr fertig! Das war noch nicht das erste Mal und das ist Fuck kenn, einfach ab, ja Doch quote doll Entke, Pete Wär einfach greift Ein Momentemips nicht Welchen dann ist sonst so schlecht, auf uns zu courtroom Danke, Rem Welche Steht der Moodle, Digga? War das dein Noob Battle? Ja, Luga, das war ein bisschen vergangen, Alter. Das wissen wir. Was war ja mit D? Du hast Digga gesagt. Ja, Digga-Rang. Digga-Rang gesagt, okay, wenn das so ist. Digga, wollt ihr auch mit den Spike? Nein. Yo, defuse den Spike, man! Oh, man! Yoshi, lad dir mal ein krasses Spiel auf Steam runter. Okay, nein, das ist... Muss. Echt? Na Kummel-Party? Nee, ja, nee, das kannst du eigentlich auch wieder deinstallieren. Ich rede von Drunken Wrestlers. Von welch? Gib einen Drunken Wrestlers, also betrunkenen Wrestler. Englisch halt, ne? Ja? Drunken Wrestlers 2. Boah, ich kann in den Operator gehen. Ey, du bist ein Kacke, Junge, ey. Ich bin ja nicht Kacke, ey. Schwierig. Alles. Alles. Ich hab Joshu, äh, Joshu... Joshu, Digga, Joshi, Digga, Joshi, Digga, willst du da hin? Ja, weil wir jetzt gerade ein... Weil es gerade ein Yoshi hier drin ist und ich bin... Welchen drin? Nein, aus dem Chat. Joshua, welchen drin ist so? Keine Ahnung, ey. Nein, Yoshi ist hier drin und ich rede mit Joshu. Ah, das ist ja schon wieder auf Streaming dazu. Ja, jetzt zu Yoshi aber sagen, dass du... Ich hab auf deinem Level gefragt. Du hast ja gar nicht. Niemand erzählt. Keiner gefragt. Du hast doch gefordert. Ja. Welches Level willst du noch machen? Ich bin ein A. Alter, krass. Hey, Joshi nur mal so 10 vor. Ich bin auf Stream, also... Ja. Sicher, nachts sicher, aber generell... Ja, warum? Meine Hausnummer sagt Nacht. Ich schwöre sogar. Ja, das stimmt ja, Paul. Aber ich wollte grad sagen, ich hab' ihn gar nicht. Ja, schon. Jo. Ich hab' erst jemand gesehen. Ja, natürlich guckt sie ja nicht mir zu, sondern beim ranzigen Aneinander. Ist mein dritter Account? Ich glaub' ich bin erst Level 12. Das ist ja ein Big Cap. Warum bist du? Warum bist du der Account schon? Ich hab' immer gebannt wegen ihren bestimmten Worten, ne? Also, Joshi. Das sind Worte, die man nicht sagt, die ich vielleicht in Dugel irgendwie gesagt habe, weswegen ich gebannt wurde. Das ist ein Big Cap Wort mit M, ne? Ich kenn' dieses Wort nicht. Ich weiß, wie viel von Dugel ist leider. Deswegen... Ja. Weil es wird geplant, Digga. Joschi, weißt du, wie man hier... Freunde aus Spielen hinzufickt? Äh, ja. Ja. Okay, ich schick dir mal den Freundeslink hier rein. In Discord. Was hast du eigentlich für den PC? Hau mal so die Details raus, Digga. Ich wusste gar nicht, dass du einen hast. Soll ich was? Farbe? Nee. Okay, so Farbe. Ähm. Was hast du denn für ein Gehäuse? Ich möchte gerne einen Namen. Dann auch noch die... Guck mal. Digga, Kieran, du bist auch so ein Handicap in dem Team. Holy crap. Wo? Jo? No Charging. Digga, ich schick. 3, 3, 3, 3. Ja, 7, 4. Könnt ihr mal die Kasse halten? Ja, 7, 5 und 4 ist es. No Charging. So LED-Lifter. Also LED-Lifter. Alter, fresh. Ja, wer den Spike? Was war hier direkt rein? Ey, ey, ey. Das Handicap hat den Spike. Ja. Ja. Ja, ich bin ein Gigabyte dran. Ja. Ja. Ich bin alle bei der A, der B. Und der NVIDIA. Ich wünsche, irgendwelche Leute würden uns interessieren. Ja. Digga, verstehe ich nicht. Ich höre über diese fette Dreckswurst und der... Ja. 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 Hallo. Hallo. Digger, ich rede nicht mit dir. Ja, chill mal. Nein, ich rede, Digger, meineаем Gang. Ohja. Ich hab' einen Follower da, dann guck die Reaktion vom Stüben, das ist crazy. Kick, Jan, du hast auch kein Mozart-Bild gemalt, chill mal bis in jetzt. Das ist ehrlich, das ist echt blöd. Das ist ein MlG-Ziege, oder was ist das? Die Ufo-Ziege. 3-6-1, oder was? Nein, danke, Adriano, nice. Jan, wie heißt du? Jan? Ja, komm, lass mich Ace machen. Siebertron, also S-I-B-E-R-T-R-A-O-N. Eigentlich schreibt man ja Cybertron mit H-T-H-R-O-N. Eigentlich schreibt man Cybertron mit C-Y. Ja, trotzdem, das ist ja auch okay. Aber das T-R-H, da kam ich nie drauf klar früher und hab' immer falsch geschrieben. Ja, ich weiß, dass du beim Schießen stehen bleiben musst. Ja, ich weiß, aber ich mach's halt nicht, weil... Ja, dann mach's aber einfach mal. Ja, Digga, 4-3 ist halt nicht so, dass du zum gespielt hast. Ja, das wird ja live-stream irgendwann. Also Zockbeere, gell? Ja, ich werd down. Du bist bis zehn Jahre alt gefühlt, immer noch 60 Uhr. Das ist frech. Das ist richtig frech. Aber das kauft ja alles, was ich nicht so richtig hab. Das ist ja so, dass er diese Rö-Kie... Rölt oder wie man das nennt. Was ist das? Was ist das? Hurensohn! Du hast ja so dem Ding verwebt. Was ist das denn? Ich hab' den Film-Gerchen. Ich hab' den Film-Gerchen. Ich hab' den Film-Gerchen. Digga, schieß' den nicht ab, wo hast du ihn? Boah, da würde er irgendwie zwei liegen. Ich hab' den Film-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen. Hast du das gefunden, Yoshi? Ja. Leider. Sein Twilight. Leider. Twilight, der Film oder was? Ja, das ist ja Twilight. Was hab' ich denn gesagt? Twilight. Das ist die Verarsche von Twilight. Okay. Ich schwöre sogar, es kann wirklich ein Film heiß sein. Hör auf den Film! Ich hab' den Film geführt. Dafür, dass wir den Spiegel da... Ach du, ach du, ja. Alles gut. Ich schwöre. Ich schwöre, Adriano. Ich schicke dir jetzt einen Screenshot. Ich schicke dir jetzt... Wo fahren? Von Twilight. Ich schwöre, es gibt ne Parodie von Twilight. Wo färts jetzt? Wem leifeln? Wo färts jetzt? Okay. Matchpoint! Matchpoint! Ich will den Spiegel nicht, ich kann nicht den Fallen leifeln. Aber ich will den Spiegel nicht. Andrea, jetzt geh erstmal auf Whatsapp und guck dir das Bild an, ich schwöre, das ist kein Schacht. Ich schwöre, ich schachte dich nicht. Wenn ich dich schachte, dann ist Kian dünn. Kian ist gut gesehen. Warum? Warum? Hast du schon was gesehen? Ich hab mich gar nicht gemufft, das tut. Ist der Qualler? Glaub ich dir nicht. Mach die, weil die Schlampe soll nicht so laufen, ich schwöre. Joshi, bist du in Drunk Messers drin oder was? Der steht da echt mit ner Pumpkin, glaub ich, die ganze Zeit. Wie viel steht's, Jungs? Äh, 12-3. Für euch? Jo. Let's go. Da kann er planten bei den Scheiß. Ja, stimmt ja. Ja. Ja, ja. Mach einfach. Ja, jetzt. Wie viele Dings hat man gewonnen? 13. Jetzt wundere. Gamepoint. Gamepoint. Okay. Okay. Ja, klar. Ich bin ein Wunderspiel. Ohja, schade. Ja. War ne Stur, gell? Ne. Ist er entweder wir gewinnen oder verlieren so? Ist ja mein kleines Y-Side, schade. Digga, du bist nicht im Recht, mir dieses reinzuschreiben. Ich bin im Recht. Wer am schlechtesten Team ist, muss das reinsteigen. Da sind die anderen am salzigsten. Ja, alles schlecht. Okay, das ist dann wirklich am schlimmsten. Ja, das hat Januar doch immer bei Rocket League. Hat der auch immer jedes Stück. Der halt das schlechte Seite. Digga, wenn Wormit mal ein Spiel gegen uns gewonnen hat, Digga. Wie salzig wir waren. In der MPA. Niemals werde ich unsere Streak vergessen. Wormit war doch gut. Niemals werde ich unsere Streak vergessen. Wie viele hatten wir? Wir hatten nur 18 oder 20 Stück miteinander gewonnen oder so, glaube ich. Ich hab mit Summit mal mehr gemacht als 2 gegen 2. Hä? Ich hab mit Summit mal mehr gemacht als 2 gegen 2. Ja, das war ja echt krass. Das war richtig krass. Ich schwöre. Krass. Sind wir richtig abgegangen. Aber Summit hat dann auch nur so einen Hook-Up-Wixer gehabt. Ja. Kommt mir einfach nicht gehalten. Wer kommt so auf, oder? Ja, ich hab auch weitere Satzwahl in dieser Nutzung. Ja, ich hab auch wirklich eingeladen. Du musst jetzt dann ein anderer kommen, oder? Und Yoshi? Ja, ja. Ja, der lädt gerade noch runter. Weißt du, wie lange das dauert immer hier auf diesem Scheiß? Nee, weiß ich nicht. Kann er gar nicht. Wie lange dauert das noch so? Steht ja nicht, Yoshi. Immer nur so... Wer ist denn drin? Luke? Ben? Ja. Ach, das steht da? Ja, das kennt. Ja, das steht da. Ja, das steht da. Ja, das steht da. Ja, das steht da. Sollen wir euch mal schlafen, oder warten wir? Nein, nein, schlafen wir mal. Das ist ja auch noch nicht. Danke. Dann schlafen wir mal. Jochen hat Barello und Kurt Ivo auf Chemes gesehen. Okay, T-Mobile wird sein. D-Mobile wird sein. Wunderschle, Mann. Das steht der Hähn. Sie sind doch immer gesetzt. Wir sind da. D-Mobile, man wird zu. Schlafen Sie nicht! Wir sind da. S-Mobile... Was ist denn jetzt, weil sie sich kennen, eventuell, wie auf Schuhe noch, und mag und kennt ihr euch? Nee, schade, können sich nicht auf Schuhe Verkirchen ist alle frei Ja, ich weiß nicht warum Was? Ihr habt nicht alle frei, ne? Erste Runde, ich komm rein, und Luke hat mein Ziel auf, ne? Er hat gesagt, hast du alle frei, ich so, ja? Ich hab einfach alle frei, ich weiß aber nicht warum Ja, Luke will das Richtig geil, richtig geil, der Schlechtes hat einfach alle frei Und dann nimmst du aber auch erstmal irgendjemand, der gratis ist, oder? Das ist natürlich auch mal sehr neid Ich weiß ja nicht, wer gratis ist und wer nicht, ne? Das weißt du ja nicht, wenn ich alle frei Ja, aber du hast ja schon mal alle ausprobiert, ne? Nee, ich probier mal aus, grad gefällt mir auch Sage gerade Ich probier aber alle aus die ganze Zeit Ja, Digga, ey, wenn ich alle frei hätte, würde ich jede Runde einen anderen nehmen Ja, gerade schlafen, ich hab ja schon sechs, sieben Stücke noch, aber jetzt gerade hat mich Sage sogar so gut gefallen, bis jetzt Ja, jetzt fehlt halt noch das Ape Genau Das kommt ja mit der Zeit Ja, das geht Einfach stehen bleiben, Digga, ich hab auch richtig niedrige Empfindlichkeit, deshalb Ja, Digga, du musst richtig niedrig machen, weil dann kannst du viel besser Ape Ja, mach runter, du dauernd Ich schwöre, Jav hat mir auch, Jav hat mir immer so Tipps gegeben am Anfang, als ich die Trainer hatte Ja, ja Ich hab an meiner Maus so zwei Knöpfe, da kann ich diesen DPI einstellen, das ist geil Weil normalerweise benutze ich einen Tausend-Ausend-Ausend-Ausend-Ausend-Ausend-Ausend-Ausend-Ausend-Ausend-Ausend-Ausend Ja, seit见 floating'reinya Der yoshua yoshua und der yoshua moto okay yoshua arius u das immer einmal einmal hast du ja die ist krass ja das ist auch jabs main ja hat auch die abriano hat die jet ich super ist jetzt ein baller Warum habe ich den Spike gehört? Was ist hier Tim? Alles klar! Hä? Was? Komm und hin! Mach mal hin! Was ist das hier? Oh mein Gott! Ja? Der kommt da drüber. Es geht glaube ich los. Oh. Was ist das hier? Wie viele Kids habt ihr Jungs? Warte schickte. The battlefield changes with every place. Metsch, oder? Metsch, oder? Metsch, oder? Trink mal Y. Okay. Trink mal Y. Ja, ich weiß. Trink mal Y. Trink mal Y. Ich weiß nicht. Obwohl es hier so echt geil ist. So viele abgefuckte Dinge sind. Fähigkeiten. Ey. Bye, bye, bye. A. Tschüss. Schicksalab. Irgendwas los, ne? Das ist ja 100 Euro. Dorniden. Dorniden. Telly, wir müssen das mal reinkommen. Aufwärmrunde. Dorniden. 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 Oh, jetzt wird mir der Sheriff hier... ...geballert. Müsste tun, als er nicht aimen hätte. Und dann jeden Schuss verballert. Einer aus deiner Uni? Ja, das ist mein... Wir lernen, um zu gehen. Also... I must stop their ringer. Ich hatte auch was im Kopf. Was wolltest du sagen? Was würdest du sagen, bitte? Nein, erst du. Ja, ja, Digga. Ähm... Und der andere da... Ja, wir machen mit dem... Ja, wir machen mit dem... Ja, Jungs, kommt doch mal... Zwei von bitte. Zwei hinter euch gleich. Ja, ist da, genau. Wir wollen ja nicht frühs hier. 13 Uhr. X Supra. Ja. Deine Tuch. Oh. Was macht der Belt eigentlich? Bisschen auf der Ernstmenge. Bisschen Potenz. Ja, Achtung. Ja, Achtung. Ja, Achtung. Ja, Achtung. Ja, sei jetzt schon. Der eine spielt auch die ganze Zeit einen Pumpgang. Na, dem geht's auch nicht gut. Der Belt geht aber irgendwie auch nicht gut. Oh, das ist für ne geile... Das ist ein geiler Skin. Nimm mir mal einer. Komm mal her. Boah. Guck mal. Nimm mir mal, komm wie geil das aussieht. Ich hoffe mal so was. Fisch. Nein, nein. Der wäre doch los. Bitte. Da hab ich sich aber auch gedribbelt. Muss man mal sagen. Ja, aber reicht. Habt ihr die hingelegt? Naja, ich werde aber... Ich hab schon eine gekauft, ne? Ja, jetzt hat die hier einer geklaut. Kio. Ja, egal. Ich hab ja eh... Achtung, wenn ich da live-tim. Ich mach die jetzt. Ich mach, äh... Wenn ich mal kann, mach ich so'n 8 Stunden Stream. Und mein nächstes war das. Ich hab's nicht mehr zu tun. Ich hab's nicht mehr zu tun. Ich hab's nicht mehr zu tun. Wie geht die Tür hier überhaupt auf? Ah, ey. Das kann laufen, oder? Ach so. Das sind alles hier. Ja. Wenn man hier so'n paar Leben verloren hat, kann man sich dann ein Leichenpanzer kaufen. Das ist ja voll der Falle. Ich kann nicht. Was hast du noch? Guck mal, ich hab hier schwerer Panzer auf mir immer. Der ist jetzt ein bisschen beschädigt. Der hat 24,50. Dann kann ich jetzt einen Leichenpanzer kaufen. Nein, dann hast du den Leichenpanzer drauf. Du musst noch mal den großen, ne? Aber ich kann dich noch heilen, ne? Ja, was macht die, was macht die, frag mal irgendeinen an deinem, äh, in deinem Chat, ja, was die Ult von Rayna macht. Rayna, äh, ja, ich glaub, du kommst uns gar nicht da. Weiß einer von euch, der grad drin ist, was die Ult von Rayna macht? Natürlich. Oder falls Yashua dazu noch da ist, weißt du, was Rayna als Ult hat? Nein. Bist du, Yashua? Er ist schief. Wo ist er? One enemy remaining. Wo ist er? Weißt du, ein Spark, Ben? Ja. Wo ist er? Weiß nicht. Alex, wenn du das schreibst, das wird blockiert von dem Automod. Das kann, das, das kommt nicht durch. Mal, mal Zeit, Alex. Guten Morgen. Von einem Clip's back. Dieser Automod ist, äh, dieser Automod ist voll komisch, der holt alles weg, Digga. Mach genau wieder hier hin. Ben? Ja? Deine, deine Ult macht's, dass du, dein, also wenn du hast, ist es gut, dass du irgendwie Feuerraten hast. Oh, du kennst von dich selbst. Ich weiß ja nicht, was du damit meinst, umbe... selbst. Digga, ist der AFK oder so? Oder ist der dumm? Äh, wir spielen mit Yoshi, der Fußballspieler, mit dem wir immer Fußball spielen sind. Aber Yashua ist im Chat, das ist einer vom Basketball und Yoshi zocken soll. Dark. Oder für die Ult verschwenden, ist eigentlich doof. Ich hab die drei Kills auch gemacht. Äh, die anderen. Ach so. Okay, ja. Puts. Die Nummer und, äh... Was ist jetzt gerade nice, wenn das denn mal wieder ein Game haben, ne? Ehrlich, oder? Das macht sogar teilweise Spaß, ne? Finde ich. Putsch. 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 Was denn? Welches? Let's go. Rainbow Six. Boah, das ist glaube ich irgendwo gratis. Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Ist es auf einem OPA schon günstiger? Boah. Ja, was, äh, das ist scheiße. Alter! Nein! Nein! Boah, Digga, ich hab zwei Tote aber von dem Band. Alle hinter dir. Da. F*** ich zu sagen, Digga, wo wir uns besser machen. Oh, das ist aber eine Schwerstelle, ne? Oh, nein! Was macht das? Ähm, mein erster... Mein erster auchster. Ich hab einmal ein Firma gespendet bekommen, weil ich ja mein Paypal liegt drin. Ähm... Aber wenn ich 50 Follower hab, also noch 16 Stück, dann bin ich Affiliate. Und dann kann ich so Donation machen, also dann kann ich so Donation, äh, E-Mails reinmachen. Dann kann ich Subs bekommen. Ja, wie spielt jetzt? Ja, Yoshi, Yoshi vom Fußballer halt. Ja, Tim, wenn ich mir das dann hole, dann kann ich's ganz warm zocken. You want me serious? You got me! Das ist jetzt mein Moment. Ja, Yoshi, ich kann auch nicht, der Kevin ist drin. Ich schwöre. Ey, Jungs, Kevin ist drin, Kevin ist drin. Und... Ja, der soll mal on-kommen, Junge. Kevin, der ist jetzt on-kommen, Junge. Wirst du kommen? Ach, hi, Kevin. Oh, Kevin, brauche dich. Na, ich bin voll am Harsch. Ich hab halt gerade... Kevin, warum schläfst du denn nicht high? Und Yoshi... Ne, ne, ich möchte auch nicht mehr high. Jetzt möchte ich auch kein high mehr. Ja, jetzt... Jetzt hast du... Siehst du... Jetzt hast du... Kevin, was... Warum machst du das? Ja, jetzt ist mal wirklich super drauf und kacke. Jetzt hast du auch ein High-Band bekommen, aber jetzt ist halt kacke. Boah! Oh, wo ist mir jetzt hinterher? Wer ist noch so hier? Ähm... Wer ist noch hier? Weiß ich gar nicht. Ich hatte 14 Leute drin. Ich hatte noch 14 Leute drin. Das würde ich was sagen. Okay. 14 ist krass. Es geht, Kevin. Ey, ich weiß nicht. Bin ich gerade gestunden noch? No, es ist keine gute Idee. Wie ist das denn? Ich meine... Jau, Adrano Prime, ne? Ja... Das ist selber. Ich schwöre, du legst richtig los! Ich schwöre, du legst richtig los! Hihi. Ist mein 2x zu Sex! Wie ést du die Kills hast du eigentlich? I am 2x zu Sex! Jungs, 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 ich mach dich, weiter. Kevin, komm! Komm, Discord! Ja, ist wirklich schwierig zu erklären, du scheu, ich check's ja immer. Komm an die Monke an! Boah, du bist so ratzig! Das riecht sich ruhig an dir an, oh! Warum fackst du so auf, Digga? Guck mal, warte drauf! Digga, wie können die eigentlich immer in den Spawn von uns kommen? Ich krieg's auf, glaube ich. Ja, und wie alt ist? Digga, oh mein Gott, ich bin richtig verkeilt. Jungs, ich regeln's! Jungs, ich regeln's! Jungs, ich regeln's! Schwappen! Adriano, mach den. Nein, ich mach das hier. Nein, ich ja. Du musst ihn hier planten? Ja. Ja, gut. Ey, Adriano, musst du doch mal was machen hier, ne? Spawn. Wo? Links, glaube ich. Es ist Adriano! Da ist er! WTF, Bro? WTF, Bro? Wenn ich glaube, werde ich dich nicht. Wie macht man das da nochmal? V-nice. Schreck! Bro, du hast Freakles! Oh, okay. Ah, ich hab Ding. Ich hab den, ich hab den. WTF, Bro? WTF, Bro? You're so ass! Der soll mal kommen, Kevin. Der soll mal hier keine Welle machen. Kevin! Schlafen! Der will schlafen! 100 Pro! Kevin soll ruhig sein. Ich will schlafen! Er geht nicht schlafen. Er geht nicht schlafen. Er geht doch nicht schlafen. Ja, Kevin! Paul ist mein Dickens Partner. Er studiert sich. Scheiße! Komm, ich hab dich gesehen! WTF, 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 WTF! Junge! Ich hab mir die falsche Waffe getraut. Ich hab mir die falsche Waffe getraut. Wir sind hier thờiarequisch! Das ist mein was. Das ist mein Basis... Waaaah. Hey, Phil! Ich bin vers worrying. Hey, wer schweißt hier ohne sujet! Du schweißt mit euch. Ok, komm. Let's still mit dem hoch! Was bist du Democratic? Oh, mach dich für einen Taki, Jan! H gasp! Halt die Schnauze, Digga. Halt die Schnauze. Wie spielt das auch? Ich weiß, aber die kommt mir hin. Kia, 40 Sekunden tot. Na, die sind eure... Kia, sprühe. Kia spielt im Mikrofon, Digga. Das ist ganz schlimm. Äh, Jungs und Mädels, jetzt wird er da rausgehauen. Jetzt wartet mal ab. Jetzt wird er da rausgehauen. Da ist der Kinn. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wie geht das? Ich verstehe das nicht. Ich will die einfach nochmal wechseln. Wo hast du halt? Boah, da musst du... Ach, das ist vom Gegner. Kann der da durchgucken? Ne, ne? Boah, der Hinten ist aber nicht gerechnet jetzt. Wer ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Who's neck? Achso, was für ein Kinn? Was für ein Tier? Ah, natürlich zu mir. Sehen wir das? Tschüss, wie die gefickt werden jetzt gerade. Boah, du hast dann doch einen... Keine Leiter gehen, einen Backpack. Ey, Ben, wichtige Frage und gute Frage von Kevin. Scheiße. Ist... Ist... Nein. Ist der... Ne, ist der nicht? Hat der nie gespielt, glaube ich. Aber der wäre bestimmt gruselig. Ja, safe. Ja, aber ich möchte auch gar nicht mit dem Zocken. Ja, schon, kein Kommentar. Nein, wenn ich dann richtig scheiße genehmende bin. Glaubt er denn nicht? Ja, bitte zocken. Oh, der hat alle Charaktere. Ein... Schauberkirr. Oh, scheiße. Ach, hier. Muss man wohl nach unten rechts ziehen? Über CSGO. Ja, muss man. Wenn du das verkackst, dann Hagen. Wow. Da reicht es nicht, Gieren. Gut. Nein, Servertron. Nein. Jungs, ich habe extra Credits. I have extra Credits. Ich bin rein und das ist mein Verhältnis. Wenn ich so nie denn irgendwas gebe von meinem Geld, oder? Ja, wir gibt es ganze Zeit lieb. Waren wir da mal schauen zu mal, der schwarze Tim. Jungs, kurze Frage. Okay, okay. Na, ich werde das nicht mehr sagen. Oh, Kevin schreibt, wo wird sich Freitag einer reingeschrieben? Ja, ey, er dachte zu ihm. Ja, alles klar, Kevin, absoluiert. Das geht jetzt nicht mehr zurück. Ich habe noch wieder die falsche Wort. Ach, doch nicht. Das war die... Ich bin fast traurig. Reloading. Wie kommt der um uns her? Ich meine, wo gehört? Ich bin auch da vorbei. Wie kommt der nicht her? Oh, mein Gott. Was ist das? Oh, wer hat das Ding ausgemacht? Alex, wie gut? Nice, bro. Hey, tu mir halt, Josh. Mach doch, dich hört man nicht. Ich versuche euch weiter zu unterhalten, ist du mir halt? Einmal eins im Chat, wer ein klein hat. Kannst du es bitte noch mal selber machen? Ja, genau. Mach wie vor. Ich war der erste, aber ich war die kleinsten. Für die Regel, ja. Eigentlich schon. Ja, warum geben jetzt alle A? Wir haben keinen Stack. Okay. Hier ist das, Digge. Jetzt uns hinschauen, Alter. Let's go. Ich bin gerade mal 14, und das war, okay. Ich finde, das war der kleine Arm und... Heidegut. Was ist das? Was ist das denn? Joshua, erklären wir das mal. Ich verstehe das nicht. Ich wurde hier gerade auseinandergenommen. Ja, irgendwie bleiben hier. Ähm... Ich kann nicht bewegen. Kevin ist weg, hau rein. Co-你的 Information, das du beschrieben hast. schön für die einladung für freitag wir sehen uns dann gute nacht kevin hier schieben hast du eigentlich runtergeladen jetzt schon das spiel ich kann mir gar nicht durch Einer will uns safe denken. Oh, die haben wir geblieben. Kann ich das nicht hinlegen? Das Spiel macht keinen Spaß. Sieht wieder mit der Sheriff geschossen. Ich mag jetzt die Pumka raus. Gleich am Uncharted. Am Summit? Wolltest du am Summit sagen? Am Uncharted. Aber wenn ich am Uncharted denke... Nein! Ich schau mal. Ja, der wird am Horst. Ja, der wird am Horst. Ja, der wird am Horst. Wir müssen verlegen. Sie haben beide recht. Das stimmt schon. Aber wenn du das nachher beliebt hast, dann gucken wir Leute zu. Das war gar nicht ganz sicher. Geht, ne? Ja, mehr als CSGO. Nee, Digga. CSGO, E-Spot. Weißt du, was da abgeht? Ja, okay. Jetzt schau mal, wie ich CSGO zocken. Schaut nicht aus. Das können wir gleich auf CSGO zocken. Ich hätte eigentlich Bock. Du Digga bist du blind? Ich hatte eine Pumka in der Hand. Ja. Ja. Ich hab kurz überlegt, du bist besser. Trainer. Da musst du hier sein. Wirklich. Na, der ist tot. Aber... Wie, wie mach ich eigentlich Dinger? Sie sind vier. Bist du noch weiter weg? Ich war doch alle tot, oder nicht? Nein! Alter! Wie reingeschissen! Ich dachte, die waren alle tot! Ja. Ja, hab ich gedacht. Aber der wird knapp, oder? Mach mal Packs auf. Ja, Jungs. Ja, Jungs. Unten ist der Spendenlink, ne? Bisschen Geld und dann werden ein paar CSGO Packs aufgewacht. Ja. 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 Was willst du denn? Was willst du denn? Zehner? Pony? Taui? Sag an. Chimikant. Chimikant? Ich bin positiv halt, ne? Ne, ne. Wie viel? Wie viel? Wie viel Spenden? Schmerz gibt, oder? Achso, dann gibst du ja noch mal ernst, oder was? Boah, ich bin gefickt. Was sind das denn für WU-Rennzöhne? Was sind das denn für WU-Rennzöhne? Na, bei C, meine ich. Ey, Tim, warte ab, Digga, warte ab. Ja, Alex. Mhm. Achso, du hast auch die gespendet, ne? Wurde, du, du, du. Wurde, du. Wurde, du. Wurde, du, du. Verarschen willst du, Digga? Dann schreibt halt, äh. Dann schreibt immerhin die richtig. Nicht in die. Er schreibt dir und nicht die. Hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, Kian? Ich glaube, er hat verstanden, dass er dir schreiben soll und nicht die. Glaubst du? Ja, wie mein Twitch-Name. Und die Nummer ist... 7968. Und die haben uns da... Das werden wir mit ner Waffe zu landen. Da geht's auch immer richtig ab. Warte. Wir haben zwei Stück. Bei der Weak. Der B. Mein Twitch-Name. Ja, ich rede auf Discord-Name. Kann aber noch nicht. Das ist also ein negatives Fuck. Brauche ich gar nicht gucken. Gut. Weil wenn er das freit, könnte er das schön. Was ist das denn für ein Scheiß, Digga? Ja. War ne Ulti. Muss, ne? Ja. Alex, ich hab keinen Main. Ähm... Ich zock einfach alle durch, weil ich da so irgendeine Rad freigestellt hab. Nein, ich... Aufbau, 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 aufbau. Aufbau, aufbau. Bei mir, bei mir, bei mir. Warte, chill einfach, chill einfach. Lass sie kommen. Ja, ja. Du triffst gar nicht mehr, du triffst gar nicht mehr, oder? Go. Habt ihr jetzt den Spider-Liegel-Leveled aus? Ah, ne, der liegt bei euch. My bad. Ja, der gibt mir Leben, ne? Deswegen wird er auch so rot und so... Wenn der Spike ist, dann bleib ich weg. Nein, der liegt... Dann läuft. Gibt er den genommen? Dann geht der safe zu 10 noch. One enemy remaining. Da waren noch zwei übrig. Hä, aber das wurde nicht angezeigt. Da war doch noch einer angezeigt, oder nicht? Hä, das hier aber jetzt auch. Vorhin war das nämlich genauso, als ich diffusen wollte. Geh zu 10, rennt zu 10. Ja, wer hätte da eigentlich geplantet? Ja, aber manchmal... Ja, aber vielleicht hätte der ja gerade geplantet. Ja, ja, juckt ja nicht. Weil dann nicht gucken, ob der Paar oder bei 10 renntet, weißt du? Weil eh verschreiben, dann habe ich geplantet. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber lieber Druck machen, wenn er plantet. Das ist eigentlich immer besser. Ja, ja. Und dann hält er ja... Dann stoppt er ja. Weißt du? Ja, da hast schon recht. Da hast schon recht. Wieso geh ich denn jetzt lang, wenn ich die Ult hier hab? Ja, das sieht echt nicht so gut aus hier. Muss ich ja nicht sagen. Ja, nicht mal der C lang, aber jetzt schaffe ich das nicht mehr. Kannst du links laufen, Kian, bitte? Ja. Nice ist links. Egal. Ich stehe. Wir stehen da jetzt in den Kasten. Das ist auf die Kasten. Krass. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht mehr. Ich habe noch Klen. Da bin ich ja für die U-AAC horses an. Auch gerade schon. Ja, ich hatte keines Klingen mehr. Ja, wir werden. Na egal, easy. Ich denke, wir sind ein streamliches Armory-Stat. Voll. Die stehen da die ganze Zeit zu zweit rum und warten, dass einer rumkommt. Und wer wollen? Ey, nein, 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 das will man nicht hören, das will man nicht hören. Josh, hier lebst du noch? Das ist gruselig. Das ist gruselig. Ja, Josh, du hast recht, Digga. Das brauchen wir noch ein bisschen drauf. Vielleicht mal. 2 Minuten. 2 Minuten. Die stehen da gleich links rum. Einfach zu 10 Sekunden. Nichts. Die stehen da nicht. Die stehen da nicht. Die sind da nicht. Die sind da nicht. Boah, sauer. Die stehen da nicht. Hat er die geklaut, die Kills? Ja, einen hat er die geklaut. Du, du, du. Ich würde schon sagen, weil das B-Kills. Wird du eigentlich auf dir. Hey, Tim. Positiv, ne? Pass mal auf, Digga. 9, 14 Grad. Da meine ich zu 10 bin ich schon neutral. Nice. 10 neutral als positiv, würdest du sagen? Nein. Warum? Weil eine 1-0-er KD ist ja auch immer eine positive KD. Nein, nein. Was? Ja, aber total geht es doch nicht positiv. W-Rock. Danke, Josh, mal. Kriegst gleich VIP, Josh, mal. Ja. Oh mein Gott, was ist los mit mir? Ich treffe Warne. Hey, Tika, ich bin in der Blend. Und, äh. Einfach so 10 Sekunden gar nix, Junge. Entschuldigung, wie stänke ich diese Runde jetzt? Ja, wir stänke ich den jetzt. Du, F. Ja, komplett. Das Spiel wird jetzt deinstalliert, wenn du so auf C. Komm, wir werden ja bitte über C gehen. Ja, komm, nach super C gehen. Ich komm mit. Du musst doch mal aufteilen, Digga. Wir können nicht alle einfach von einem Brot hin, dann durch eine Granate rein. Weil genau jetzt werden die wahrscheinlich zu A gehen oder so. Ja, ich bin A. Ja. Okay, ja, dann ist ja alles gut. Wenn du da bist. Dann sollte da ja nix passieren. Dann ist das Dave. Digga, wir sind in jeder Runde hier in Land gekommen. Und hier kommt nie jemand rein, ja? Schnauze, Digga. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht. Where is the camp, Digga, Alter? Boah. Schade. Das so, aber. Ist besser, ne? Sieht besser aus, glaube ich. Die sind hier. Boah, wie ich schon mal bin. Tollste hier. Ähm, in A. Was hat er gemacht? Warum hat er denn... Moin Julian, was geht? Wie geht's? Ich hab kurz die Überforderung mit der Renten. Ne, das wird nix. Doch, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Boah, Alter, der war knapp, der war knapp. Jetzt ficken wir die Wichser. Warte, 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 ich fink die Arschlöcher. Warte, 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 warte. Ich hab's nicht, warte, 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 warte. Ich hab's nicht, warte, 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 warte. Jo, was willst du? Willst du ne Frenzy, Digga? Ne, ich brauch' Randal. Jo, mach' ich. Krieg' ich hin. Okay, dann. Fack an, dann. Fack an. Digga, ich will dir ne Frenzy ausgeben. Digga, nimm doch. Danke. Ich hab' danke gesagt. Ich geh' C, kommst du da mit C? Shut the fuck up! Die schmeichert jetzt wieder 10 Flasher, dann seh' ich wieder nicht mehr tot. Oh, ich hätte über Klötenwerfer. Oh mein Gott. Digga, boah! Mach' mich ab, Alter. Digga! Oh, was denn? Wo? Links? Glaub' ich. Ich weiß aber grad gar nicht mehr. So, C haben die platziert. Ja, aber ich kenn' Aimer mit dir, weswegen ich nicht mehr. Der soll mal vorgehen. Der wird da oben irgendwo gammeln. So, noch wo ist er denn? Oh, der war nice. Ja, Julian ist auch, weil er das... Das ist jetzt krass. Boah, Ackstark. Das ist so ein gratis Overlay, was ich mir geholt hab' weil ich... ganz einfach war's. Und das sieht dann... Ja, das rettend... Ja, ist mir keiner noch nicht aufgefallen. Aber warte mal, bis jetzt kein Gestern! Boah, das war sogar nicht schlecht. Ja, Yoshi, wir können jetzt noch eine zocken. Ja, Yoshi, komm rein, Juni. Ich zeig' nur noch eine, Jungs. Oh, und musst du noch arbeiten? Ne, morgen ist... Zufälligerweise frei, einfach so. Ja, du musst halt noch Schicht haben. Du darfst noch mal eine Schicht, also... Ne, nicht mehr. Nein, ist nicht mehr? Dann kommt das wieder. Ja, wenn ich ausgelernt bin, ein halbes Jahr. Aber dann wird ja auch schon Patte verdient. Dann fängst du halt auch erst mal an mit deinem Starter. Dann musst du erst mal vier Jahre noch machen, Adriano. Wollte ich dir nur noch was zu sagen. Danke schön. Das war echt hart, ich schwere. Aber guck mal, du hast doch gar nicht erst angefangen. Ich zum Beispiel, wenn die mir jetzt sagen, du kriegst 5.000 Euro auf die Hand, dafür musst du das jetzt, das Ganze wiederholen, oder du kriegst auch noch den ganzen Lohn nicht, ich würd' nein sagen. 1.000 Prozent. 5.000 Euro auf die Hand, viel weniger als... Ja, aber ich mein den Lohn, den ich als normaler Typ bekomm, weißt du, als spezieller. Ja, ich glaub... JBR079 Warte, ich hab schon mal gefragt, weil irgendwer muss ja am Arbeiten sein. Aber egal wen, ich frag, der arbeitet ja nicht so. Weißt du? Guck mal, es wird gearbeitet, aber... Digga, du musst dir vorstellen, ich hab heute mit Noah auch drüber geredet, man wird so faul, ne? Ja, natürlich. Überleg mal, warte, wir sind am chillen, und dann nach 2-3 Stunden Pause, wo wir nix gemacht haben, nur am Handy, ja, wir müssen jetzt wieder das und das machen, das dauert 5 Minuten, alle! Boah, nee! Ey, du kannst ja nach 5 Jahren Chemieparken nie wieder irgendwo arbeiten, du denkst ja, du wirst gequält oder so. Also wirklich, du musst ja, wenn du... Du kannst ja auch nicht weggehen! Will ich auch nicht, ich will bei der Petra Lommerot chillen im Betrieb und dann noch chillen. Was ist das Justus A? Nee, Fabians Mal. Da war ich halbes Jahr auf Schicht und... Chiller-Betrieb, ich schwöre, da war ich nicht so weit im Rentner... Meinst du, die sind gestreng, oder? Ja, die ist streng, aber die ist so, als ich mit der geredet habe und so, die war immer korrekt, aber die ist halt so... Boah, was erwartest du, als Betriebsleiterin... Chefin von dem Betrieb, musst du dir vorstellen, ja. Das ist halt schon ein hohes Tier. Boah, ey, Jungs, warte, viel wichtiger! Ich wurde heute von meinem Ausbilder gefragt, ob ich beim Fußballturnier mitmachen will. Das ist am 15.09. Das ist ein ganzer Chemie-Park. So, einzelne Betriebe haben sich... Aus ihren Leuten haben die sich ein Team gemacht. Und da bin ich ein Ausbildungsteam, Digga. Das ist voll geil, ich schwöre. Und dann, wenn wir gewinnen... Also ich versuche Kevin und Noah auch noch irgendwie reinzuklären. Wenn wir gewinnen, dann kriegen wir alle... Erstmal kriegen wir richtig viel Geld. Also der Ausbilder, der das macht, kriegt Cash. Und der lädt uns dann auch so ein dickes Steak und so ein, so irgendwas krasses zu essen. Und dann kriegen wir VIP-Tickets für Champions-League-Spiel von Dortmund. Ja, ja, das ist richtig krass, Digga. Aber überleg mal, wie... Ja, aber Evonik ist ja auch Sponsor von Dings von Dortmund, weißt du? Der Herr Kuhlmann, der Chef von Evonik, der ist auch Ultra-Dortmund-Fan, weißt du? Der ist jedes Mal VIP-Überreicht, wenn die das Spiel haben. Das ist vielleicht mal dieser Ausbildungskap, oder was? Nein, nein, das war nur Azubis, so ganz deutsch. Das war krass. Einfach gewonnen. Überleg mal, Kieran, wer einfach gewonnen wäre. Und danach haben wir uns so einen reingedüpelt, ne? So einen Zünd gespielt, ne? Aber Yano hat ja auch erst mal mitgespielt noch, aber dann irgendwann so, ne Jungs, ich bin raus, ich sauf jetzt. Ich hab mir dann für jedes Spiel zwei Bier geholt. Die waren dann noch leer nach dem Spiel, das ganze 10 Minuten ging das Spiel. Dann zwischen dem Spiel, wenn das, keine Ahnung, ein bisschen länger dauert, hat es zwei Bier und sonst eins geholt. Und dann nächstes Spiel direkt wieder zwei geholt, die ganze Zeit, Digga. Boah, übertrieben, ich kam auch gar nicht klar. Ich hab nicht gefühlt, äh... Der Mala-PC spielt gegen den Mala-PC. Boah, dieses Aus... ich hab mich auch voll geerbt, dass ich das ja nicht so gefragt hab. Das sind nur die Besten aus der Ausbildung, 10 Besten meinte der. Boah. Hat der noch's trocken, was der 7 gemacht hast? Nee. Aber jetzt, äh, eine... Das war das eine hundertprozentige, und das weiß ich noch. Ja, der hätte ich mit rechts schießen müssen, aber... Ja, 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 aber ich kenn ihn, den kenn ich. Ja, hab's egal. Ja, egal. Du kennst ja Mick Adriano, der spielt auch da mit. Super geil. Ja, ja, das ist stark. Und wir haben auch so einen, der heißt Ole einfach in der Ausbildung. Nice. Und der ist, äh, Dings, der spielt Regionalliga. Boah. Hat er euch mitgezeugt, der kommt jetzt zu Rika? Weiß ich nicht, ob der da mitgemacht wird. Glaub nicht, ich glaub, der ist jetzt erst eingestellt worden. Als, aber der ist Kaufmann. Aber der macht auch nur Kaufmann, damit der chillen kann, und dann, weil der schon Fußball konzentriert wird. Ich spiel bei Preußen Münster, überleg mal, die spielen... Vierte Liga, glaube ich. Ja. 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 Da war ein Fk. Hm. Nice, Mates. Ja, ich seh keinen, ich hab auch gar keinen gesehen. Was! Ach so hab ich nur 60? Ne, 100. Alter Ben. Wird auch nicht alter Ben. Nee. Also irgendwie macht das Spiel bisschen Spaß, aber ich bin einfach echt zu kacke darin. Irgendwie weiß er nicht. Könnte. Mal das was. Ich glaube der ist ganz gut. Nein. War knapp. Nee Digga. So echt nicht. Ich tötet sie. Boah die sollen diese Schnauze halten ehrlich. Ehrlich die packen richtig ab. Schnauze. Und dann. Und dann. Das ist ein wenig wie ich glaube der bist so sehr gut. Man die seh das auch. Gotcha! My camera is destroyed. Who gets up behind me? WOOOOO! Dicca! I would like to go. I have to go. Oh, do it. I'll do it. I'll do it. I'll do it, Adriano. Oh, yeah. One enemy remaining. I'm still down. I'm still down. 30 seconds left. I can't see the spike. I don't die, don't you? So gehört den Mixer, ne? Mhm. Voll den geilen Skinny. Die wird nach und nahm gerade ihren Hörteil verschliess. Da bekommst du einziger eins. Du redest mir eigentlich echt zu viel. Die Church stockt unnormal, aber kommt ja nicht mehr eins. Was hat der eine da geschrieben? Wann ich größer mal? Nein, das ist ein Kollege vom Basketball. Ja. Wann ich größer mal? Ja, ja. Wann ich größer als mal? Geht, merk das ich? Ja, das kommt rein. Das ist ja auch einfach wirklich so. Ah. Dicke Boy, gleich geht's in die Alzheimer, ich schwöre. Äh, weil das so Spaß macht grad. Alles gut. Ja, das ist Spaß. Aha. Boah, Digga, das ähm, da kann man aber ganz kurz gehen. Digga, ehrlich. Mach dich grad. Ey, Andrea, du hast mein erster Clip gemacht, ne? Hab ich gesehen vor gestern. Du hast dein erster Clip gemacht. Und abgebrochen dann wieder. Ach, ich wollte erst. Weil ich mich erschrocken hätte, dass du auf einmal da auf dem Bildschirm warst. So was wollte ich nicht auf meinem PC lassen. Verstehe, ich verstehe. Soll ich Webcam wieder hoch machen? Was? Soll ich Webcam wieder hoch machen? Ja, bitte. Boah, ich wollt kurz. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Ich war schon auf dem Robby für dich schlummschalten. Boah, was? Das stimmt raus. Ty, sch-schaste. Mein Gott, Mara, du Schnauze. Wo ist der Ulti? Was ist der Ulti? Jo. Soll ich irgendwann eine Ghost, ne Frenzy oder ne Shorty holen? Du lässt den Problem kommen. Bei Shorty will ich bitte. Nee, C macht da mal einer dieser Eislinge hin. Der packt den mal richtig ab. Dann ist der oben rechts in der Ecke am Gammeln. Wir liefen uns die ganze Zeit immer. Oh lol. Wer macht diese Eisdinge eigentlich? Du weißt das doch bestimmt, oder, Sashi? Boah, ja, das ist ja echt schlimm. Ich geh da weg. Außer du holst den. Ich komm. Das ist ja der Anfuss. Das Spiel macht mich fertig. Das ist wirklich... Ich will nicht mehr. Das Spiel macht mich echt so krass. Das ist wirklich... Das ist einfach... Die Campen irgendwo stehen und Hals auf irgendeiner Ecke... Nix ist besser als TOD, aber die Wichser wollen ja immer noch 60 Euro Fincher. Spass, da kommt gar nicht klar. Digga, die... Digga, was ist los mit dem? Die Diffusion. Nice. MC, Bro. Ey, Adriano. Ach so, du, wir haben gerade... Vielleicht ein Set. Das ist ja echt traurig. Ich weiß nicht, ich würd mal geißen. Ja, irgendwie live grad nicht. Soll nicht laufen sollen. Sonst hier. Krass. Einfach mal okay reinballern, wenn wir die Merke haben. Aber wenn wir mal was merken, jetzt. Immerhin kein Stück. Ja, ich hab'n zerbrochen, leider. Ja, zurück. Oh mein Gott, ich wollt grad pingen, Digga. Ich komm' gar nicht klar. Alter, was ging denn jetzt da? Oh, Yoshi, Digga. Du brauchst Messern. Ja, ja. Ich hab'n voll mit's aimt, Digga. Ich hab'n voll mit's aimt, Digga. Ach, ich hab'n Ass. Da hab'n Ass reingerückt, Digga. Kranker Typ. Egal, Leute. Du bist so ein bisschen gelagged bei mir, muss ich sagen. Ich merke aber auch halt irgendwie diese Halt-Taste bei mir. Kann einer mir hier diese Phantom holen? Oh, süß. Dankeschön, wie war das? Agent C. Next time maybe a little bit faster. Mach mal mit seinem eigenen Witz lachen. Guck mal da oben, Kian. Garno war schon ein Alts. Echt? Beschloss er ja. Ja, wir werden rennen. Kann man aufgehen? Ja. Komm. Reicht, wenn vier Leute ähh... Only I could see you hide. Don't worry. Wie kannst du denn? Ich glaub, bei... Waren das Optionen? Ne, war das... Irgendwie kann man aufgehen, ich weiß gar nicht wie. Ja, reicht jetzt auch, wenn wir Lurand für die nächsten vier Wochen. Ja. Kommt irgendein Ding jetzt? Ja, nochmal. Komm, wir schieben. Boah, krank. Er ist so ein Wacher, der Mann. Er ist so ein Wacher. Ja, auf jeden Fall. Einer muss noch. Drei Stunden reichen. Ne, noch weiter. Hä? Ja, ich bin schon draußen. Rashi, mach du mal F5. Let's do what we do. Oh. Dann macht mir auch echt gar keinen Spaß jetzt gerade irgendwie. Gut, dass sich das runtergeladen hat. Kannst du close, Rashi? Diese Führung? Ne, hat sie wirklich mega gelohnt. Ja, boah, eigentlich könnte man, ne? Nein, keine sechs Leute. Let's go. T's go. Wingman 2 gegen 2, Jungs. Ja, komm, lass T's auch spielen. Ja, das ist ein guter Call. Das ist ein guter Call. Wingman 2 gegen 2. Ich mein mit Bettner, ich bin so übertrieben scheiße. Ich hab keine Schmack gemacht. Ja, ich wär aber auch dafür. Ich bin echt ein bisschen mit dem Endkirke. Drei. Halt ehrlich. Adriano hat wirklich die mit uns gezockt. Ich hab immer mit Ja, Wert und so gezockt. Nice. Aber Jungs, wisst ihr, was scheiße an Counter-Strike ist? Deswegen mag ich das eigentlich auch nicht. Alt F4 geht nicht. Ja, das braucht er eigentlich nicht, oder? Doch, doch. Oh mein Gott, hat jemand mit dem Twin mit Doppel MS Snapchat? Ne, Digga, zum Glück nicht. Seid froh. Kian, wie spendet man eigentlich was? Ich sehe das. Du krass. Wie gesagt, ich brauch 50 F4, dann kann man so richtig spenden. Und jetzt hab ich nur so'n Paypal-Link. Ne, steht hier nicht. Ja, ich hab die Kram-Melle bekommen. Ja, ich auch. Und der will doch gut sein. Oberkörper Freisteiter da mit ner kleinen kleinen Dings. Und immer über in den Augen, das ist ein Lied. Also, ne? Schon. Ich kann mal kurz gucken, worauf man den liest. Hamali und Nawai irgendwas. Ben siehst du das nicht? Wenn du auf mein... Siehst du das nicht? Im Paypal-Link? Nein. Also, da steht Paypal, Dienst zur Unterstützung, solange ich kein Partner bin. Aber da ist kein Link. Da ist der Link weg, ja, da ist. Muss ich mal gucken. Ich brauch's mal gleich den Link entfernen. Ja, scheiß drauf. Jetzt möcht' ich ja auch nicht mehr spenden. Ne, ich will nicht, dass du spendest. Aber trotzdem fang nicht rein, ob das eigentlich da ist. Ich hab' die immer wieder drin. Ne, Adriano, du kannst nicht host sein, das weißt du. Ich bin da bei dir rein, aber mach mich mal bitte host. Das ist nicht bei mir drin. Ich kann nicht beitreten. Hier kann man doch so richtig abgehen, oder? Ich kann nicht beitreten. Ich geh' in Dings, in, äh, anderen Account. Das nervt er erst ein bisschen. Wenn ich so, wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein bisschen im Chat abgehen. Wenn das richtig viele machen dann irgendwann bei manchen Cheers von der PC ab. Das ist hier live über drin, du, oder? Boah, Digga, mit Jaap und so. Überleg' mal, Kieran, mit Jaap, Addon und so, Digga, wie's gekickt hat. Was? Mit acht, neun Mann sind wir da reingegangen, Digga. Und wir sind, boah, nee. Da war der erste aus den Dingern weg. Keine Rückmeldung von CSGO. Da geht's dann aber auch eh und rein. Ja, ja. Und ja, doch jetzt bin ich nicht mehr noch. Weiß ich das geil, jetzt bei Steam muss man, kann man, äh, oh nein. Zwei Accounts haben. Heftig. Joshi, hast du das oft gespielt, schon? Ja, wir lassen noch vier zu. Cheers, go. Ja. Was, Skins? Was hab ich dir noch mal gemacht, dass ich gebannt wurde? Ich glaub' ich hab' mega geschrieben. Ich mein' mega. Ach so. Ja, entschuldigung, Digga. Kann ich da was nicht immer dran denken. Naja, das reicht. Ist ja ne Tatsache, dass ich das geschrieben hab. Ich kauf mir jetzt die Schlüssel, ich öffne mir ne Tester einfach jetzt. Ich will auch eine eröffnen, ich geh' auch rein. Ich hab' auch noch bisschen Dings. Äh, 2,65€ hab' ich noch drauf. Ja, eine kann ich öffnen. Da bekommt man ja natürlich auch sowas Nices. Dann hast du den abwochen im Konto nicht belastet, Alter. Gib rein. 2,35€, ja, hab' ich noch drauf. Los, go. Ja, komm, mit 5er aufladen kann man. Jaaa, mein Gott, ey. So teuer sind die jetzt auch nicht mehr. Geht ja voll. Geht ja voll. Ihr Kern, kannst du einen Stream öffnen und zeigen, wie ich das öffne jetzt. Ja, klar. Ich hab' jetzt auch ein Paper-Lip-Geraden, wo es ist. Ich will ja viel. Das möchte ich aber nicht mehr. Das ist ja nicht. Komm, komm, komm. Kommt erst, wenn du so, falls du so ein bisschen okay magst, dann... Dann bin ich auf einmal top Spender und so weiss. Ich weiß gar keine Ahnung, ob das aber nicht mehr so was. Jetzt für die weißen Arben, aber... Gucken. Warum? Nice. Das ist ein Zicolor, Ben. Das ist ein Zicolor. Eine muss ich jetzt noch. Ja, ich brauche auch eine noch. 2,35 Euro für eine? Oha, eins drauf. Ich weiß aber nicht, ob ich hier drin bin überhaupt. Gut am Aufladen... Oh, der fackt aber ab. Na, Filmer kann man rein. Da kannst du zwei öffnen jetzt direkt, weißt du? Eben. Was für Dinger öffnet Motte immer? Ich weiß nicht, was das ist, Dicke. Der öffnet immer voll toll beim Spiel. Ja, ist ja auch Kohle wie, keine Ahnung was. Ja. Ja. Ich hab trotzdem noch vor einer Kiste 50 Euro herbekommen. Dinger, der hat 50 Euro Spins gemacht und ist dabei duschen gegangen. Ehrlich? Natürlich. Ja, das war übertrieben. Nice. Ja, das wird sich. Habe ich noch irgendwo eine andere Kiste, die ist scheiße, Digger. Jetzt kommt nämlich das Messer. Da würde ich jetzt aber auch nicht noch klarkommen. Dann gehen wir aber jetzt auch direkt frei an. Nichts. Ich hab's gesagt. Ja, egal. Kann ich hier, mit Aufklärungsvertrag. Waren wir mal rein. Ähm. Dann haben wir die auch rein. Die waren wir auch rein. Die waren wir auch rein. Die waren wir auch rein. Neun Account erstellen Nice Neun Account Boah Wir gehen in das 2 rein Wir gehen in das 2 rein Wir gehen in das 2 jungen Jungs Wir gehen in die Hackerlobys Weil die bocken da nämlich mal richtig Da ist immer mindestens einer eigentlich drin Immer so ein Russe So ein kleiner sich wie ein Russe Ungefähr Okay, kann man auch einfach rausgehen Ich würde gerne zu Scheiße Ach Gott, wer ist das denn? So ein Meme der Typ Geht Viele sind noch drin Acht nur Nur Digger Ich höre das gut Das war ein 14er Aber krass Da war ich ein bisschen so Es geht wirklich klar, ohne Scheiße Ich höre schon wieder Ich bin Antiterrorist gegangen Ich bin Antiterrorist gegangen Eigentlich Ja, nice Bot, die Art, Bot, Barry und Bot, das sind bei mir stark Let's go Ja, es sind drei andere Bots Matthias, ja viel Hat die Stille geschmeckt? Hat die Stille geschmeckt? Nein 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 Kann man Gelegenheitsspiel überhaupt rausgehen? Weiß ich gar nicht Natürlich Erst dich Das ist jetzt mal ein bisschen zu groß Das ist jetzt mal ein bisschen zu groß Das ist traurig Schau dich gern? Was muss ich sehen? Schau dich gern? Ja, oder die sind Sie, oder die sind Sie, oder die Muss ich dann die sagen Das ist gerade sehr Du musst an der Seite dienen. Alter, du hast krass. Der Apte Geist bist du. Ich habe gerade vergessen, dass man sich hier teamquellen kann. Das ist immer nice against, ne? Eine geile Herausforderung eigentlich, ne? Da sind wieder sechs im Chat, let's go! Hä? Wie haben wir es dein, Alter? Ey, wir sind fünf Platz in einem Team. Nein. Ja. Deswegen mach ich Kills. Hier haben wir schon wieder Tore vom Bot Andy, oder was? Ja. Aber du hast nicht gesehen wie, Digga. Das ist sonst graulich, ne? Ich hab doch mal hinterher. Das ist nicht gesehen, Alter, ne? Das krieg ich dein Leben geballert, Digga. Ja, unnormal. Wie kann man sich hier so einen Namen erstellen? Ach, du musst auf deinem Account, dann Profil oder so. Ja, Profil-Name. Nee. Profil bearbeiten und dann Profil-Name. Okay, jetzt wird ihr die gefickt, Jungs. Ach, deswegen hab ich die. Ich glaub, die können gar keine Bauern platzieren. Ja. Ja. Einfach fünf Bots in einem Team. Schau. Nein, gar nicht. Ich hab's keine. Oh, die laufen noch mal gleich. Mal laufen. Warum laufen die denn? Ich hab's nicht. Nein. Zu so einem Trepp. Nein, ich weiß nicht, ich hab's nicht. Und wieder gut. Oh nein. Blödsinn. das ist das Bild gefunden nachher damit der Haka auch einfach nicht schießen Wieso? Einfach noch nix sehen Wer ist besser? Oh, wie geil. Hm? Wer ist besser? Alter! Du! Warum sie die Bots haben, die besser als ich. Ich bin übrigens fertig. Voll fertig. Wir könnten Ringman rein jetzt. Boah, Yoshi, du scheiße Bastard, Digga. Deswegen machst du auch Kids. Die Bots checken das gar nicht. Für Ehrenlust du spielst. Die Bots checken das gar nicht. Die können gleich nach oben gucken, glaub ich. Denkt ihr, das ist krass, weil das ich irgendwo auf der Kiste setz. Hier verfickte Bot Mark, Alter. Wer ist dieser Bot Mark? Ich kann nur... Ich mag nicht Mark. In der Unweezy. Unweezy Prime. Geht das nicht? 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 Digga, du musst, äh, Steuerung drüber drücken. Klar, was du schon bist. Ja, aber das drücken. Ey, warte mal an. Das ist ja voll unfair gerade. Du weißt ja, wo ich bin, wenn... Geht. Geht, ne? Sei ehrlich, du guckst aber nicht einfach, oder? Ich schwöre, ich hab nicht geguckt. Also, jetzt ehrlich nicht. Ich hab gar nichts dran gedacht. Boah, jetzt AWP rein, oder was? Ja, guck mal, Ben. Guck mal. Ist er auch drin, oder was? Ja, ja. Jetzt geht's nämlich richtig los. Ich hab' die Kills gemacht. Ciao, Kier. Verlust... Ich hab' die Kills gemacht. Ja, ich hab' die Kills gemacht. Ich hab' die Kills gemacht. Ich hab' die Kills gemacht. Und dann habt's ja doch. Oh! War' das Pulitzer? Und dann höchst ja? Cheng! Aber ich weiß. Was kannst du noch mal sagen, Adriano? Ja, es ist nice, dass sie weiterspielt. Ja, blüht da keinem. Warum weiterspielen? Geh er schon wieder tot, oder was? Ja, hab ich dazu gehört, damit ich nur alt ihn kann. Boah, die Sicht aber nicht geil ist wie so hoch, Digga. Ja, geh mal raus, Digga. Wenn er wohl übertreibt, Digga. Jetzt hat Adriano eine Runde fetzen. Zwei gegen zwei, Adriano nicht. Das ist fair. Ja, das ist fair. Aber das ist ein bisschen unfair, wenn ich mit Yoshi spiele. Das ist ein bisschen kacke. Ja, nein, ich finde Yoshi ist ein bisschen kacke. Du bist natürlich besser. Wie heißt du, Adriano? Warte, die 1 und die Checko 7. Warte, die 1 und die Checko 7. Warte, die kurz ne... Waffelgäste klatsch. Geht hier ab. Ich brauch deinen Freundescode in Dings. Just go. Warte, übererde mich oder ist Dien? Das ist dieser Code. Ich hab meinen Freundescode in die Gruppe geschickt. Klar, ich schick immer ne Anfrage. Digga, was ne Scheißwaffe. Ey, mach bitte auf meinen Kopf. Autorikisieren. Komm, wer jetzt öffnen. Mhhh... Gehst du da rein in die Kiste, oder was? Ja, das war jetzt gerade dabei. Das ist Lucky Chest jetzt. Komm, komm. Mach mal Dings, mach mal Stream auf Discord. Mach mal Stream auf Discord für einen. Alter, jetzt seht's denn das. Scheiß. Ja, komm jetzt mal bitte. Ich weiß, wie ich das machen soll. Geh oben auf YoungWeezy. Also auf deinen Namen meine ich. Dann auf Freunde. Und dann auf Freunde zu gehen. Und dann... Ja. Ich kann keine Freundschafts-Aufrage senden. Boah. Ja, dann geben wir den verfickten Counter-Strike-Dingens. Okay, warte. Ich bin mir grad im Cross-End. Ich suche mir grad irgendwo. So ein Ding aus. Ja, okay. Hab. Ähm... Spiele enden. So... Möchte spielen. Freundschafts-Aufragen. Freunde zufrieden. Wo ist mein Freundescoach? Mhhh... Jo. Mhhh... Hier bestimmt... Naja. Findest du gehen? Ja, geh mal auf... Äh... Auf rechts... Also rechts und dann Freundschafts-Aufragen. Dieser Brief und dann auf Plus. Unten. Freunde zufrieden. Ach... Ach hier. Diktier mir kurz der N. Lies einfach V... Äh... A5 GVH. Mhm. L QVJ. L was? L QVJ. E? Q. Digger, du übersteuerst. Q. L QVJ. L QVJ. Okay. Das konnte ich keinen vor. Nochmal. Ich schick dir den. Kapier. Mach. Ah, hab gefunden. Der Bindestrich hat gefehlt. Hab geschakt. Da ist ein Jetham. Das ist ein Brett, Digga. Das Bild dazu. Das ist krack. Das Bild ist auch nochmal krass. Ich kann dich aber nicht einladen. Irgendwie. Da muss ich das Spiel neu starten. Ausstehende ausfragen. Annähen. Ja. Boah. Was hältst du das jetzt an? Das Bild, deswegen hab ich grad so gelacht. Ich kann eine Bikini-Bottom-Map, wenn ihr wollt. Die ist zu groß, oder nicht? Ja, ja. Die Ring-Map, einfach. Workshop-Karten, Training mit Bots. Boah, ich weiß nicht mehr. Du hast das mal gemacht. Ja, du weißt welche mit, ne? Mhm. Oder eigentlich. Ich muss doch jetzt irgendwie mit einem Command die Botswitz hier rauswerfen.